Hallo und herzlich willkommen zurück zu BEYOND. Hier können wir uns heute mal hoffentlich um ein Jetpack. Ich lasse gerade hier die Solarpanne endlich weiter craften. Wir haben es jetzt mal umgebaut, deswegen konnte es nicht anständig laufen. Jetzt können wir es endlich zu Ende machen. So, Jetpack. Was nehmen wir denn? Welche Varianten gibt es denn? Es gibt nur die Ende I.O. Variante, würde ich sagen. Das heißt, da müssen wir mal reinsteigen. Auch hier hoch craften? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also, womit fangen wir an? Wir fangen an mit diesem Leatherstrip-Dings-Bums. Das ist Grundzutat für das erste Jadepeak. Wir brauchen zwei, vier, fünf Basic-Kapasitors. 10. So, wir brauchen Conductive Iron. Conductive auch mehr davon. Dann brauchen wir die Dinger. Und das war es auch schon. Nee, ähm, Edson Conduit. Ich hab noch. Gut. So. Einmal, zweimal. zusammenbasteln und mehr Conductive. Danke. So. Tier 1. Tier 1. Ähm, Tier 2. Und sich die davor craften? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Oh Gott. Da bin ich sehr froh drüber. Electrical Steel. Electrical haben wir noch ein bisschen. Äh, 2, 4, 6, 8. Passt genau. Basic-Kapasitors habe ich eigentlich genug gemacht. So, Machine-Casings. Habe ich die eingespeichert? Habe ich nicht. Dann machen wir das mal. So. Der Sand, die Sandmachmaschine ist gerade ein bisschen sehr stark in Beanspruch. Deswegen ist es hier gerade ein bisschen laut. Boah, aber warum hast denn du so einen Sound-Bug? Können wir mal ganz kurz einen Sound-Muffler bauen? Nee. Muffler. Sound. Muffler. So, das Ding packen wir hier drunter. Oh. Wie angenehm. Oh, das ist... Oh. Schön. Sehr angenehm. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Äh, beim, 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 äh, Jetpack. So, ich sollte, genau, die Machine-Frames machen. Machine-Frames. Wo hapert es denn jetzt gerade? Keine Ahnung. Ah, jetzt will er. Dankeschön. So. Hä? Äh, nee, die Basics, please. Basic, basic. So. Zack. Einmal... Oh, was fehlt? Was bist du? Energy conduits, ganz normal. Äh, conduits... Go ahead. Mal einen Schluck trinken. Ja. So. Reicht das? Ich hoffe doch. Einmal... War das jetzt? Zwei. Gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Äh, so. T2. Schön. T3. Energetic, Pulsating, Crystals und Double Layer. Äh, Pulsating war das. Pulsating machen wir vier Stück. Oh, meine ganze Produktionslage hier ist ein bisschen belegt von... Oh, nicht mehr viel. Ach, nee, das ist noch das. Ach, Gottes. Hm. Und du bist auch noch dran, aber du bist auch bald fertig, ne? Ja, er gibt sich Mühe. Oh, wei, oh, wei. Ich hab nur zwei CPOs, ne? Einen kleinen und einen großen. Ne, einen... Bist du ein ganz großer? Warum hab ich den hier doppelt? Also wegen dem, ne? Und einen Co-Prozessor. Nur die zwei? Nee. Ha, hm, ja. Da müssen wir jetzt durch. Kurz ein bisschen warten. Schaut's hier aus? Immer noch drin. Mensch, Maya, kann man diese Dinger nicht... Schneller machen? Nee, ne? Überhaupt gar nicht, glaube ich. Ach. Mist. Großer Biest. Gut. Nun denn. Ähm, Pulsating war... Wir machen es halt mit Hand. Pulsating. Das ist, glaube ich, einfach nur Eisen und ne Enderperle. Eisen. So, du bist Mr. Furness, Mr. Aloy. Gut. Done. Ähm. Ja. Kann ich sogar... Achso, ne. Kann ich nicht, weil ich ja keine Prozessoren grad frei hab. Ah. Mann. So, nun aber. Also. Jetpack. Jetpack. Ich brauche vier Stück von denen. Ja, gut. Dann Harz. Nicht so schnell weg. Äh, vier Stück von denen. Zwei, drei, vier. Vier. Fünf Double Layer. Ähm. Enhance. Sollte ich da haben. Ich brauche zwei. Vier, fünf Double Layer. Können wir jetzt? Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Ich darf noch nicht. Der hier. Komm schon. Oh Gott. Mh. Ähm. Okay, das können wir canceln. Ganz einfach. Boom. So. Ähm. Double Layer. Die gehen wenigstens halbwegs fix. Next. Go. So. Es ist so warm. Es ist so warm hier. Es ist so. Es ist so. Kennt ihr das wenn ihr einfach nur da sitzt. Euch nicht bewegt. Und ihr einfach schwitzt. Es ist schrecklich. Alles. Alles schrecklich. Dachgeschoss. Äh. Langlebe Dachgeschoss. Okay. Die werden gebürstelt. Ähm. Ich glaube dann würde das auch erst einmal reichen. Glaube ich. Die können wir noch verplatten. Was habe ich denn für eine. Für eine. Normale. Okay. Was brauche ich denn für das Ding. Äh. Äh. Electrical. Silicon. 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 Please. Oh. Ich. Äh. Ich habe aber glaube ich gerade nicht genug. Nicht genug alles. Alles gut gerade oder nicht. Hm. Silicon. Go ahead. Please. Und dann. Warte mal. Nach Silicon kommt. Dann. Conductive. Zehn Conductive Iron. Und dann. Zehn. Electrical Seal. Conductive. Habe ich noch. Electrical. Oh really. Ach wir warten noch. Oder wat. Auf die. Sag mal. Oh. Habe ich hier das Rezept gar nicht reingetan? Doch. Habe ich wohl. Oder habe ich aus dem allen gar keinen Sand rausgekriegt? What the fuck. Really? Ach so. Ach so. Wir müssen Sand erst machen. Uh. Das. Das. Ha. Wie kommen wir einfacher an Sand? Oder schneller an Sand? Gibt es. Gibt es. Gibt es irgendwas? Crusher. Ja ganz toll. Ja. Ja. Der Crusher ist zwar schön und gut. Aber das bringt mir nichts. Wenn ich. Wir könnten trotz alledem mal ein Void Resource Miner bauen. Gravel hat. Ne. Das ist nur ein Beiprodukt. Das bringt mir gar nichts. Messerator könnten. Ja. Doch. Messerator könnten wir bauen. Ja. Wir könnten einen Messerator bauen. Und der. Dann. Haben wir nicht sogar einen Messerator. Du bist ein Extractor. Rolling Machine. Du bist ein Compressor. Okay. Wir müssen einen Messerator bauen. Messerator. Und ein Socket. Da wählen wir die Teile. Schwipp. 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 So schnell ist es gemacht. Haha. Und der Rotary würde. Sharpened Iron Plate. Okay. Was ist das? Aha. Okay. Interessant. Aber gut. Zack. Dann ist die Frage. Die Upgrades. At Industrial Craft. Die Upgrades. Was genau kosten die? Und kosten immer das gleiche wie früher? Und wie einfach ist es herzustellen? Überlocker. Wir brauchen dafür die coolen Cells. Dafür brauche ich Zinnplatten und normale Wasserfluidteile. Sicher? Ahja. Zinnplatten. Und dann einfach Wasser rein oder nicht? Item Casings. Äh Zinn. Es macht ganz viele Zinnplatten. Massenweise Zinnplatten und zwei Hopper. Oder ein Hopper. Ich glaube. Wo steht denn das Ding? Wo ist die Rolling Machine? Ah. Rolling Machine. Es ist die falsche Rolling Machine. Ich hält. Okay. Dann. Nope. Stimmt. Wir haben noch gar keine Metal Press. Oder wie heißt das Ding? Metal? Metal Forma. Metal Forma heißt er. Dann müssen wir wohl Metal Forma bauen. Metal Forma. Elektronik Circuit. Schwuppidiwuppidi. Äh oh. Äh. Kupferkabel. Okay. Auch noch mehr Kupfer insgesamt. Das ist mein Circuit. Machine Frame. Die Coils. Mehr Kupferkabel. Kupferkabel. Der Hammer. Das wirst du, ne? Jupp. Hä? Ah. Jetzt wieder. Gut. Dann einmal das. Dann einmal... Wobei die muss... Dann machen wir die eben so. Schnipperklipper. D'accord. D'accord. Eins. Zwo. Drei. Bronze Casings. Bronze Casings. Bronze. Ähm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Das war's, glaub ich. Hoffentlich. Das. Und einmal zerkleinern. Mhm. Ich brauch nur einen Hammer. Ganz toll. So, 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 so. Und dann schwupp. Ne Chest. Zack. Und fertig. Bumm. Gut. Das Ganze jetzt so verbünden, dass wir... Ich hab keine Kabel mehr, doch ich kann aber... Hab ich noch... Gummi. Rubber. Rubababa. So. Ich muss gucken, ob wir das so einfach hier hinstellen können. Du bist unser Thermalgenerator. Das heißt, wenn ich... Ich stell ihn jetzt mal hier hin. So. So. Einen zweiten Hopper. Chests. Go. Hopper. Go. So. Äh. Ich sollte vielleicht sagen, dass du rolling sollst und nicht... Kannst du das? Ja, ne? Ja, das verursacht ganz gewaltig Legs. Das ist nicht cool. Kann ich dich... Ach kacke, warte mal. Ich hab doch hier irgendwo... noch meine Ranch gehabt, oder? Die extra Ranch. Fuck. Ich glaub nicht. Ähm. Lass das. Ja. Ist der jetzt kaputt gegangen? Der Thermalgenerator, aber... Da müssen wir jetzt durch. Weil das ist nämlich echt kacke. Das ist blöd. Das, ähm... Ist blöd. Blöd, blöd, blöd. Ähm. Was macht man denn da am besten? Boah. Gute Frage. Äh. Ne Bedbox. Aber auch die wird flackern. Mmmh... Ähm... ... ... Gut, wir müssen, glaub ich... Wir könnten schon mal vorher Overlocker machen, dass wir dann... Jetzt habe ich... Entschuldigung. Ich... Ich dreh durch. Haben wir was, was Strom umwandelt? Oh. Oh. Das könnte eventuell... Oh Gott, das könnte... Was? Nein. Lass das. Slash Backup. Was? Okay. Ich habe Angst. Okay, es geht gar nicht. Schade. Okay, gib... Huch, da war eine Biene. Gibt es... Frage an euch. Gibt es was, was hier Energie umwandelt in EU? Ähm... 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 Industrial Craft. Hm... Irgendwas, was das umwandelt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas kenne. Irgendein Wort, der das drinnen, außer Botania könnte eventuell. Aber die haben meistens auch nur RF-Produktion. Ähm... EU... ...Electrical Engine. Können wir als EU-to-RF. Andersrum hätte ich es gerne. Vom Biomass-Or... Ethanol. Puh, schwierig, schwierig. Ähm... Puh, 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 Puh. Was bist du? World EU Power Pass. Nope. Ähm... Ähm... Factory Block. Nee, ist was anderes. P2P EU. Okay. Ich glaube, es gibt nichts, oder? Ich bin mir halt nicht sicher. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Kein Wunder. Ähm... Ja, wenn ihr was wisst, dann sagt Bescheid. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Musik 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 Musik